Wir sitzen hier in der Regenbogenbibliothek im Goldbergalast. Dazu hören wir das Trio Pastorale von Friedrich Metzler, wo wir gerade die CD davon von der Tochter des Komponistes geschenkt bekommen haben. Wir trinken dazu Glühwein, einen doppelten Espresso und Weihnachtstee. Und damit trinken wir aufs Wohl von euch allen. Frohe Weihnacht!